Einen Bleistift-Effekt für jedes beliebige Bild erzeugen. In Photoshop ist das in wenigen Schritten möglich und in diesem Video zeige ich dir, wie es funktioniert. Als Beispielbild für diesen Effekt habe ich einmal dieses Portrait geöffnet, das natürlich auch in der Beschreibung verlinkt ist. Und wir starten direkt damit, diesen Effekt zu erstellen. Und zwar wäre der erste Schritt, den wir tun müssen, dass wir in unseren Ebenen eine Kopie von unserem Bild anfertigen müssen. Das funktioniert zum Beispiel über STRG-J. Einmal STRG-J drücken, dann kriegen wir eine Kopie und haben das Bild jetzt zweimal im Projekt drin. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir die Farben aus unserer oberen Ebene entfernen möchten. Wir wollen also die Sättigung rausnehmen, das heißt hier die obere Ebene ist angewählt. Wir gehen einmal hier drauf und wollen hier einmal Farbton-Sättigung aufrufen. Bei Farbton-Sättigung haben wir die Möglichkeit hier den Sättigungsregler zu verschieben und den ziehen wir eben ganz nach links, um die Sättigung komplett rauszunehmen, um die Farben komplett zu entfernen bei diesem Bild. Anschließend wählen wir wieder unsere obere Ebene mit dem Portrait aus, also diese hier und drücken diesmal den Shortcut STRG-I. Mit STRG-I können wir das Bild invertieren. Und genau das habe ich hier einmal gemacht. Und damit wäre auch dieser Schritt erledigt. Als nächstes wollen wir den Blend-Modus für diese Ebene umstellen. Ja, also es ist weiterhin diese Ebene aktiv und wir stellen das Ganze hier um von normal. Wechseln wir auf Farbig abwedeln. Diesen Punkt finden wir hier, Farbig abwedeln. Und man sieht schon, sobald wir da drauf gehen, verschwindet das Bild fast komplett. Je nach Bild kann es sein, dass das Bild komplett weiß wird oder vielleicht so ein paar Reste übrig bleiben, wie in meinem Fall hier. Jedenfalls ist nicht mehr viel vom Originalbild zu sehen. Und das soll auch so sein, denn wenn dieser Schritt erledigt ist, dann kommen wir jetzt dazu, dass wir wirklich diesen Bleistift-Effekt kreieren. Und das funktioniert, indem wir jetzt oben auf die Filter gehen. Und unter den Filtern gehen wir auf Weichzeichnungsfilter. Und hier finden wir dann Gausscher Weichzeichner. Den rufen wir einmal auf. Und mit diesem Weichzeichner haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze richtig bleistiftmäßig aussehen zu lassen. Und zwar können wir hier eben den Radius verstellen. Ja, und hier suchen wir einfach einen Wert raus, bei dem das Ganze wirklich so gezeichnet aussieht. Man sieht, wenn wir das zu stark hochnehmen, dann sieht der Effekt nicht mehr wirklich bleistiftmäßig aus. Und deswegen hier einfach so ein bisschen mit dem Wert spielen. Keine Angst, wir werden die Bleistift-Linien gleich noch verstärken. Wichtig ist einfach, dass der Look an sich schon mal passt, dass das eben wirklich wie eine Zeichnung aussieht. Ja, bei dem Wert 9 passt das für mich ganz gut. Ich drücke dann auf OK und damit hätten wir schon mal diesen Bleistift-Effekt. Wie versprochen, wollen wir den jetzt aber noch verstärken. Und dazu schauen wir nochmals in unsere Ebenen rein. Und genau, ich erstelle jetzt hier noch eine weitere Anpassung. Und zwar rufen wir als nächstes die Tonwertkorrektur auf. Die Tonwertkorrektur sieht dann so aus. Und hier in diesem Fenster, da haben wir dann die Möglichkeit, diesen mittleren Regler nach links oder nach rechts zu schieben. Und durch Verschiebung dieses Reglers sieht man das ganz schön, denke ich, können wir die Intensität der Bleistift-Linien sozusagen einfach verstärken oder eben abschwächen. Und wenn ich diesen Regler eben nach rechts ziehe, dann wird diese Zeichnung eben deutlich intensiver. Und genau, ich zoome hier jetzt mal ein bisschen ran. Man sieht das, ein wirklich sehr, sehr schöner Bleistift-Effekt, gerade um die Augen herum. Das sieht wirklich wie handgezeichnet aus. Ja, und so einfach ist dieser Effekt kreiert. Ich hoffe, dass alle Schritte verständlich erklärt waren. Falls du jetzt noch mehr über Photoshop lernen möchtest, dann schau gerne in die Videobeschreibung, denn da ist mein kompletter Photoshop-Kurs verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wiederhören in einem meiner nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.